Unter dem Moinsen zum Vorberichtstalk, Freitagabend geht's nach Augsburg und das müsste das zweite Mal sein mittlerweile, ist der gute Dennis bei mir, hi. Ja, grüß dich mein Lieber, grüße an deine Stuttgarter Community, ich freue mich auf den Talk. Was soll ich dir sagen, ein wichtiges Spiel steht vor der Tür, für Maya Augsburg auch wichtiger als gedacht. Ich dachte, das hat jetzt einfach einen Spielcharakter und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los, freue mich auf das Spiel und auf den Talk. Ja, wir nehmen mal diesen Talk hier so ein bisschen als Gutes oben für uns, in Runde, mit diesem verrückten Last-Minute-Treffer. Also, ich bin sehr gespannt, was am Freitag passiert, bin ja auch vor Ort, ich glaube, Hütte ist wahrscheinlich wieder ausverkauft, Augsburg sowieso, wird ein schöner Rahmen auch atmosphärisch bestimmt. Und ihr kommt aus einem knappen 3-2 in Leipzig oder wie war es vom Spiel? Habt ihr es nicht gesehen? Also, war es eng? Konntet ihr vielleicht einen Punkt mitnehmen oder war es dann enger, als es aussah? Ja, es war vielleicht, ja gut, hinten aus haben wir echt tatsächlich fast noch das 3-3 machen können, weil Leipzig seltsamerweise sehr passiv wurde in der zweiten Halbzeit. Du kennst es ja selber, manchmal kommt man dann einfach schlecht raus. Wir haben dann taktisch umgestellt. Ich muss vorher sagen, wir haben momentan, das kennt wahrscheinlich jeder Fans, sind nicht ganz so früh mit der Aufstellung unseres Trainers. Teilweise sehr defensiv, ich glaube, das kennt ihr auch in Stuttgart. Und ja, und dann sind wir mit einer sehr, also wirklich unfassbar defensiven Grundordnung ins Spiel gegangen, ging mega in die Hose, haben zwar 1-2 geführt, aber bei uns bedeuten Führungen überhaupt nichts. Das ist ja die Mannschaft, die die meisten Führungen verspielt. 21 Punkte haben wir verspielt nach Führung, mit Abstand Erster. Und wir haben 1-2 geführt und ich habe gleich gesagt, das bedeutet nichts. Und dann hat man auch wirklich, hat uns der Werner auseinandergenommen, auf gut Deutsch, hat auch auf einmal alles getroffen, wo er normal ist, der Chancentod der Liga. Ja, liegste wirklich dermaßen schnell 3-1 hinten. Völlig verdient, wurden auch überrannt. Leipzig hat natürlich auch Qualität. Jo, zweite Halbzeit haben dann die Spieler gespielt, wo man sich als Fans gewünscht hat. Mit einem Vargas, einem Flügelstürmer, Cardona, auch ein spannender Transfer, sehr schneller Spieler, kam rein, haben dann Leipzig wirklich vor Probleme gestellt. Hinten aus, mit etwas Glück machst du es 3-3 wie ihr. In Dortmund die letzte Flanke kam, Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Ich habe heulen Respekt jetzt für euch, eure Form super. Und ja, letzten Endes fliegt halt der Ball bei uns nicht zum Mitspieler und bei euch schon. Und so haben wir letzten Endes verdient gegen Leipzig verloren und mit etwas Glück jetzt auch einen Punkt mitnehmen können. Ja, ich weiß auch, dass du vor dem letzten Talk, warst du, glaube ich, recht zufrieden mit Maaßen? So als neuer Trainer, dritte Liga, so ein bisschen experimentmäßig. Wie sieht es, wenn du gerade ein bisschen Kritik an Aufstellungen äußerst, wie sieht es da gerade aus? Ist man auch zufrieden mit Maaßen? Ja, also wir Fans sind grundsätzlich schon zufrieden. Also da bin ich dann auf deine Meinung auch gespannt, wie es dann bei dir so ausguckt. Ihr habt ja auch viel mitgemacht dieses Jahr. Ja, und wir sind grundsätzlich schon zufrieden. Aber es ist halt die Leier, wenn dir die Ergebnisse so nicht stimmen. Wir wollen halt auch mal ein bisschen attraktiver ein Fußballspiel, weil die Ergebnisse haben zwar jetzt schon gepasst. Jetzt geht die Form aber schon in der wichtigen Phase wirklich nach unten. Wir haben gegen Wolfsburg, gegen Schalke zwei Last-Minute-Gegentore bekommen. Wenn du da nur ein Spiel gewinnst und nicht Remis spielst, bist du eigentlich schon relativ safe. Dann gegen Köln ein ganz schwaches Heimspiel gemacht, obwohl wir heimstark sind. Ganz schwaches Heimspiel gemacht, wirklich. Aber es fehlen auch sehr wichtige Spieler. Können wir noch später drüber reden. Berischav hat hinten und vorne gefehlt, wie bei euch Gyrasi. Ich glaube, da können wir von der Wichtigkeit von einem guten Mittelstürmer, muss ich euch nicht erzählen. Und Demirovic war drei Spiele gesperrt, Topscorer, meiste Vorlagen. Also die beide können wahrscheinlich gegen euch spielen. Das ist natürlich auch ein Unterschied. Und dann gegen Leipzig, wie gesagt, kannst du mal verlieren. Aber ja, eure Form macht mir auch ein bisschen halt Sorgen, weil ihr auch gut drauf seid. Ja, haben wir geschaut jetzt. 14. Platz, 29 Punkte, zwei vor 15 und noch immer noch fünf Punkte vor 16, 17. Und dann mal 18 noch ausgeklammert mit 22. Und mal gucken, was die hat er da jetzt fabriziert, auch mit neuem Trainer. Wie groß ist denn da die Angst, dass man wirklich noch runterrutscht? Weil für mich, also ganz ehrlich, man hat Augsburg vor jeder Saison als Abschiedskandidat im Kopf mindestens mal. Manche tippen dann auch mal hinten rein, manche eben nicht. Ihr habt seit 12, 13 Jahren, schafft erst jedes Jahr aufs Neue. Deswegen hat man es nicht mehr richtig als wirklichen Kandidaten im Kopf. Ich zumindest nicht, weil ich mir denke, ey, die bleiben eh drin. So egal, wie es läuft, so mindestens 15 schaffen die eh normalerweise. Es sind immer noch fünf Punkte Abstand. Ich würde euch noch nicht groß gefährdet sehen, aber wie sieht es bei euch aus? Ja, also wie du sagst, also grundsätzlich vor der Saison hätte ich das, glaube ich, unterschrieben. Jetzt fünf Punkte Vorsprung vor, also sechs Spielteile vor Schluss. Die Form ist halt so ein bisschen, der Fußball, den wir spielen, ist nicht der beste. Das macht mir auch immer ein bisschen Angst, Spielglück fehlt. Jetzt kommen aber gut viele Verletzte zurück. Das meine ich ja mit Enno, es ist jetzt schwierig. Wir sind grundsätzlich schon zufrieden mit ihm. Er stellt aber teilweise auch, wenn Spieler fit sind, komisch auch. Also Demirovic, der Stürmer ist auf links. Na, das sind so Sachen, die ein bisschen Unruhe reinbringen. Wie ist die Sorge? Teil ist schon da. Also ich bin ganz ehrlich, wenn wir gegen euch verlieren, und das ist ja für uns das absolute Schlüsselspiel und Krankheit, dass das Schwabenderby jetzt auch so eine Wichtigkeit für euch ja auch hat. Für uns, wenn wir euch schlagen sind wir wirklich, dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Und das ist ja das Verrückte. Gewinnen wir gegen euch, sind wir eigentlich so gut wie safe mit 32 Punkten. Verlieren wir gegen euch, seid ihr auf zwei Punkte dran. Und auch die Konkurrenz kann wieder aufholen. Dann haben wir ein schweres Spiel in Frankfurt. Da musst du erstmal was holen, weil dann geht es natürlich wie ein Teufelskreis dann los. Ja, dieses Spiel wird entscheiden, ob ich Abstiegsgangs habe oder nicht. Aktuell ist es wirklich so, die Sorge ist schon ein bisschen gestiegen. Ist aber jetzt nicht so, dass ich jetzt mit der Fahne da bin, oh, wir steigen ab. Nein, also dafür sind wir auch immer für Überraschungen gut, auch in Frankfurt oder so. In Leipzig war es jetzt auch nicht schlecht. Wir können immer wieder einen großen Ärgern. Aber es ist definitiv jetzt die letzte Spielzeit wieder ein bisschen gestiegen. Ich muss dazu sagen, auch bevor ich überhaupt was sage, ich wünsche mir natürlich auch, dass ihr nicht absteigt. Das habe ich noch ein paar Mal gesagt. Ich finde, wir sind zu wenig Klubs hier mittlerweile im Süden. Und auch für Gästefans ist es sehr, sehr angenehm, mal nicht immer so weit zu sein. Also ich bin kein Auswärtsfahrer, aber ich kenne es halt von unseren Fans, dass sie gern zu euch gehen. Daher würde ich mir auch wünschen, dass ihr nicht runtergeht, so was ich das auch mal vorher schon sage. Und auch wenn es ein Derby ist, ist es schon gut, jetzt mal ein paar Klubs unten in Bayern und im Süden zu haben. Ja, definitiv. Ich meine, ihr habt noch diese zwei Endspiele. Ihr habt uns zu Hause und Bochum habt nur noch Auswärts. Der Rest sieht auf dem Papier wieder schwer aus, also jetzt ohne irgendwie Frankfurt angehen zu wollen. Aber wir haben da einen Punkt geholt, Bochum hat da einen Punkt geholt. Die schwimmen so vor sich hin, Schalke hat die auch noch. Wo alle sagen, boah, was ein schweres Programm, was bei Schalke auch stimmt. Aber so Frankfurt und so Geschichten, wenn die am Ende irgendwo auf Platz 9 sind, keine Chancen mehr auf irgendwas haben, dann ist die Spannung da auch normalerweise raus. Also die große Angst bei uns ist so ein bisschen, wenn man nach Augsburg fährt generell, ich glaube, gerade nach Winterpause war diese Phase kurz da, ich glaube, vier, fünf Spiele irgendwie alle gewonnen und alle irgendwie 1-0 oder 2-1. So diese klassischen, fast schon klassischen Augsburg-Heimsiege da. Und da hat man schon ein bisschen, so ein bisschen, schon fast Respekt vor, vor diesen Auswärtsfahrten nach Augsburg. Ich sowieso. Das wird jetzt meine fünfte in Augsburg. Ein Sieg, drei Niederlagen. Das schöne 6-0 dabei, das 4-1 dabei und so Geschichten. Also da die letzten beiden waren nicht wirklich schön in Augsburg. Das Schönste, was wir hatten, das 4-1 dort, war ja während Corona, durften keine Zuschauer hin. Das war schon ein bisschen hart. Was siehst du noch? Irgendwelche Klubs, die da unten mit uns reinrutschen? Weil jetzt haben wir Hertha, Schalke, uns, Bochum, Augsburg. Hoffenheim ist eigentlich auch mehr oder minder weg. Die sind eigentlich zu gut. Das ist auch ein Punkt geholt in München. Ich habe ja auch jede Woche so auf meinem Zweitkanal dann so einen richtigen Abschließkampf-Talk. Und da sage ich auch eigentlich so ab Bochum. Also wir noch, wenn wir gegen euch verlieren, rutschen wir mit rein. Aber alles drüber, Hoffenheim, wie du sagst, die Qualität zu gut. Die Qualität einfach, da sind wir uns, glaube ich, einer Meinung. Die müssten wieder in so einen Teufelshaus kommen, den sie in Oktober hatten, bis in den Winter komplett rein, wo sie nichts mehr gewonnen haben. Aber das glaube ich einfach nicht. Du siehst ja, die sind wieder da. Aber nee, also ich glaube, es spielt tatsächlich Schalke. Hertha ist für mich Abschließkandidat Nummer eins. Ihr wart es unter Labbadia, da bin ich auch ganz ehrlich. Ihr wart unter Labbadia, habe ich gesagt. Stuttgart für mich Abschließkandidat Nummer eins. Jetzt aber unter Hoeneß hat Psyche. Das ist ja das Verrückte. Der Trainerwechsel, du kannst dir ja nicht vorausschauen. Der hat euch total erweckt. Ihr ist wirklich total erweckt. Und man merkt schon auch im Gürasi. Also das, den könnt ihr. Das ist einfach, ich kenne es ja von uns auch, wenn Berisha fehlt, da fehlt einfach etwas. Das ist einfach, der hat euch richtig rausgebracht. Dann hast du halt Schalke mit drin, Bochum. Und wenn wir jetzt, es kommt auf euch an. Wenn ihr uns schlagt, dann sind wir mit drin in dieser Fall. Und bin ich ganz ehrlich, Hoffenheim, Bremen, Köln, das ist, glaube ich, nichts mehr. Und wie gesagt, zum Heimspiel jetzt selber, Flutlicht liegt uns auch enorm. Da habt ihr ein bisschen Pech. Wir haben in der Rückrunde alle Flutlichtspiele, und zwar in drei, gegen Leverkusen, gegen Gladbach und gegen Hoffenheim 1-0 gewonnen. Und wir sind richtig froh, dass wir gegen euch nicht Samstag 15.30 Uhr spielen, sondern Freitag 20.30 Uhr. Herr Stoar, also diese 1-0-Siege zu Hause, da habe ich auch oft drauf selber getippt, dann auch in irgendwelchen Tipprunden. Und so Augsburg zu Hause, Leverkusen, eh so ein komischer Verein, komm, 1-0 Augsburg. Das klappt irgendwie echt, alle zwei, drei Heimspiele klappt der Move. Aber ja, das ist recht. Also ich dachte so ein bisschen, dass Köln vielleicht mit reinkommt noch. Bremen ist eigentlich auch dermaßen formschwach aktuell, aber die haben halt schon zu viel. Also 31 Punkte, das reicht halt fast schon. Bremen hat doch acht Punkte Vorsprung auf Relegation und auf 17, 18, das meine ich, oder? Und du musst überlegen, da müsstet ja ihr und Schalke, also einer von beiden müsste ja schon von den letzten sechs Spielen drei gewinnen. Es ist möglich, aber müssten ja fast beide dann auch machen. Es ist halt schon, und Bremen müsste gar nichts mehr holen. Und ich glaube es nicht. Ja, und die Frage ist auch, was jetzt Hertha macht mit dem neuen Trainer. Also für mich sind die, also ich hätte Hertha auch gerne in der Liga. Ich habe auch wegen, gar nicht wegen dem Klub oder so, die können gar nichts dafür, aber wir waren einfach damals unsere Relegationsgegner Union Berlin. Also bin ich eher Hertha-Sympathisant als Union-Sympathisant. Verstehen. So von den Berliner Klubs her, aber so langsam sind es halt, ich kriege da so Flashbacks zu uns oder zum HSV oder sowas, so langsam sind es halt echt mal fällig. Ich weiß nicht, ob der da dann nochmal das Weltwunder rausholen kann. Das war eh so ein frecher Spieltag. Gehst du da rein, denkst dir, oh gut, Schalke, Schalke, Hertha machen ihr Ding, die nehmen sich gegenseitig Punkte weg. Hat er auch getippt, dass Schalke das Ding zu Hause gewinnt. Nicht so hoch, aber das ist Gewinn. Und dann guckst du drauf, boah, Hoffenheim in München, Bochum bei Union, wir gegen Dortmund. Ey, wenn du jetzt gegen Dortmund einen Punkt holst, hast du vielleicht schon mal einen mehr als die anderen. Und dann punktet der Rest auf einmal auch. Holen die ein 1-1 in München, holen die ein 1-1 bei Union. Und am Ende des Tages war dann immer noch viel wert, weil jeder Bonuspunkt hilft, aber nicht so viel wert, wie man es sich ein bisschen erhofft hatte bei einem Spieltag. Das war schon ein bisschen frech. Also Wahnsinn, also die Top 3 haben alle gegen Teams aus dem Keller ja Punkte liegen lassen. Also ich habe an meinen Spieltag-Tipps ja alles verhauen. Ich habe immer auf den Favoriten gesetzt. Das war total verrückt. Und das muss man jetzt auch schon aufbedenken. Man merkt halt schon, bis auf die Hertha, aber die haben ja jetzt den Trainer gewechselt, dass alle unten wirklich sich richtig den Arsch aufreißen. Und es wird viel schwieriger jetzt auch zu tippen, weil du musst schon mitrechnen, dass auch ein vermeintlicher Underdog, also wir jetzt da unten, auch mal einen großen ärgern. Vielleicht ärgern wir Frankfurt auch. Das ist einfach, wir haben Union Berlin zu Hause. Die Union liegt uns zum Beispiel, uns Augsburgern sehr. Ja, weil wir spielen ja auch so ein destruktiv Fußball. Du hast ja gesehen, was Bochum mit geschafft hat in Berlin. Das ist so eine Sache und ähnlich auch bei euch. Aber bei euch muss ich sagen, die Spiele, ihr habt auch ganz schön wichtige Spiele jetzt. Ob ich auch gegen die Hertha, oder? Also jetzt auswärts gegen uns und wen dann? Die nächsten vier Spiele werden eigentlich entscheidend. Also ich nehme meinen Pokal mit rein. Wir haben jetzt euch auswärts. Danach zu Hause Gladbach, die ja auch alles andere als die Saison spielen, wo wir auch einen sehr, sehr guten Heimrekord haben gegen Gladbach. Da habe ich schon Hoffnung drin. Danach kommt Pokal zu Hause gegen Frankfurt, das Halbfinale. Und in derselben Woche auswärts Hertha. Das sind die nächsten vier Spiele. Wenn du dir wirklich, du sagst, keins verlierst davon, dann hast du schon sehr, sehr viel gemacht. Also ich erwarte mir jetzt keine vier Siege, weil das wäre übertrieben nach den letzten Wochen. Aber möglich sind sie. Du musst immer an dich glauben. Letzten Endes ist immer alles möglich in der Bundesliga. Jeder kann jeden auch schlagen. Auch Bayern kann man ärgern dieses Jahr. Das ist, siehst du, was ihr da in Dortmund geschafft habt, das ist ja unglaublich. Es ist jeder, es gibt keine richtig überragende Mannschaft dieses Jahr. Es ist sehr kompakt, sehr eng. Manche Teams liegen sich, manche eben nicht. Das ist einfach so. Es ist für euch und wie für uns immer alles möglich. Und es ist darunter gar nichts entschieden. Viele Teams waren schon ein paar Mal abgestiegen. Dieses Jahr Schalke war abgestiegen, gefühlt. Bochum war mal abgestiegen nach dem Start. Ihr wart noch mit Labbadia für mich gefühlt abgestiegen. Jetzt ist Hertha gefühlt abgestiegen. Jetzt aber Dardai, da musst du jetzt auch abwarten. Also es ist furchtbar spannend. Mir macht es so persönlich mehr Spaß, aber ich wäre halt gerne da unten raus. Das ist halt, wäre ja nicht in der Verlosung mit. Aber es ist so verdammt schwer zu prädikten, auch dieses Spiel gegen euch. Also wie gesagt, Hinspiel haben wir ja ganz kurz, hast du erwähnt, habt ihr Last-Minute-Treffer gemacht. Aber ihr wart klar besser als in diesem Spiel. Also das muss man auch sagen. Wir haben ja mehr oder weniger aus dem Nichts wieder mal unsere Dinger gemacht. Und das machen wir aber auch sehr oft. Wir sind irre effektiv. Manchmal denkst du, also gegen uns spielst du ein gutes Spiel und verlierst halt 1-0. Und das ist auch bei uns absolut die Waffe. Keine Ahnung, ich fand euch irre stark gegen uns im Hinspiel. Jetzt haben wir halt das Heimspiel. Wir müssen aufpassen. Also ich gerade vor Gürra Sie, der wieder ausgeheckt gegen uns natürlich, dann wieder so richtig in Form kommt. Oder eure ganze Mannschaft hat Abstiegskampfmodus aktiviert. Also es wird ein richtig geiles Spiel. Und ich kann es dir wirklich nicht sagen, was passiert. Das musst du ja auch mal ausdenken, das Spiel gegen euch, das ist wieder zwei, drei nachher. Ja, ihr habt es wirklich. Das ist halt nur noch absurd. Also wirklich, das ist nur noch absurd. Ich glaube, da redet man bei dir wahrscheinlich dann mehr drüber auf deinem Kanal. Ja, vor was sollten wir denn als VfB-Fans oder als VfB generell Angst haben? Was sind so die Stärken oder vielleicht auch Schwächen bei euch, Augsburg? Also vom Kader her, spielweise. Ja, sehr gerne. Also Stärken bei uns wirklich brutale Effektivität. Also brutal. Ich meine, wir sind die effektivste Mannschaft der Liga, wenn wir eine Chance haben. Shepard. War in den letzten Wochen jetzt ein bisschen anders. Wir sind sehr wenig auf das Tor gekommen, weil wir einfach sehr viele Ausfälle hatten. Demirovic kehrt zurück, gefährlicher Spieler, Vorlagenqualität plus Abschlussqualität, top. Berisha, wenn er spielt, braucht meistens nur eine Chance, kam mit links, rechts, abschließend ist auch ein Nationalspieler neben Füllkrug ja mit dabei gewesen, hat dort auch ein Tor mit eingeleitet. Also das ist wirklich ein guter Spieler. Wir wissen aber nicht, ob es reicht. Wir haben aber Optionen. Es ist tatsächlich, wenn ich unsere Stärke sage, zu Hause sind wir sehr aggressiv oft in den Spielen. Wir müssen aber auch reinkommen, nicht wie gegen Köln gleich voll verpennen, zwei Tore kassieren. Und dann hast du uns auch gekillt. Wir kommen, wir tun es sehr schwer, in den Spielen zurückzukommen auch. Führt ihr gegen uns 1-0, das ist dann manchmal schon für uns, also in der Häufigkeit sehr schwer zurückzukommen. Wenn wir aber führen, zu Hause 1-0 führen und sagen wir mal, das Tor ein bisschen später fällt, jetzt nicht in den ersten zehn Minuten, dann liegt uns das. Dann können wir wirklich zu Hause mit dem Publikum, flutlich gerade auch Vorteil, nehmen wir da mit, kommen in die Zweikäfte, wir sind halt ultra eklig, du kommst irgendwie ja nicht mehr vor unser Tor. Wir haben gegen Leverkusen, Hoffenheim und Gladbach jetzt halt die drei Flutlichtspiele, wo wir wirklich den Gegnern kaum auch mehr vor das Tor gelassen haben, trotz der Qualität, die sie haben. Es gibt aber auch wieder andere Beispiele, wie gegen Köln, wo man dann halt einfach ein Spiel, wie ist ja ähnlich wie bei euch, das ist manchmal auch eine Wundertüte. Ja, wir sind eine aggressive Mannschaft, Zweikampf betont, wollen den Gegner auch über die Zweikämpfe dann verwickeln, in ein ekliges Spiel und wir sind brutal effektiv. Schwachstellen, ganz klar, Flanken auf dem langen Pfosten, auf die Gummi-Seite, wenn er nicht spielt, kann gut sein, der ist jetzt gerade wirklich sehr verunsichert, dass er auch nicht spielt. Hier ist die Möglichkeit, Vorteil wiederum für uns, ihr kommt halt doch viel über Sosa, das ist ja die linke Seite, also flankt er auf dem rechten Pfosten, da haben wir jetzt nicht die meisten Gegentore kassiert, also die andere Seite ist dann mehr in Gefahr gewesen. Aber ja, durchaus, unsere Abwehr immer wieder für den Schnitzer gut bei Flanken und ihr kommt ja doch oft über den Flügel mit Gürasier, habt ihr jetzt den Wand- und Zielspieler, müssen wir höllisch aufpassen. Kapitän fehlt hinten auch, gelb gesperrt der Jeff, also man kann uns vor allem defensiv richtig mit auch dummen Sachen erwischen. Ja, so leichte Hoffnung habe ich schon, also wie gesagt, meine Ausweiswählerns ist echt nicht gut, also ich glaube, das erste war 2016, als wir verloren haben 1-0, sind wir auch abgestiegen danach, das war noch ein Finn-Burgasson-Treffer damals, das war der erste Korkuss-Sieg damals, wo wir 1-0 gewonnen haben, 2018 war das dann, so ein gommiges, abgefeschtes Ding nach dem Freistoß, dann die letzten aktuelleren Spiele, das 6-0 damals, auch kurz vor Abstieg, Weinzeln entlassen und dann letzte Saison das 4-1 und dann Materazzo noch. Also ich habe Augsburg echt, echt ein bisschen Angst vor auswärts, gleichzeitig hätte ich glaube ich vor ein, zwei Wochen noch mehr Angst gehabt, logischerweise, wegen der Form generell, aber auch diesem Gefühl von, wir gewinnen doch auswärts eh nichts mehr. Dieses Bochum-Spiel, was wir gewonnen haben auswärts, war das erste seit, glaube ich, 23 Auswärtsspielen in der Bundesliga, seit Dezember 2021, der erste Auswärtsspiel wieder. Und das gibt so ein bisschen Hoffnung, die auch wichtig ist, weil du spielst ja auch noch in Berlin auswärts. Also direktes Duell ist nur noch Hoffenheim zu Hause am letzten Spieltag, sonst ist ja alles auswärts. Und da Kladbach, auch die sind ja keine Abschiedskandidaten, so kein direktes Duell. Und deswegen tut das schon mal gut und gibt ein bisschen mehr Hoffnung. Das 3-3 natürlich, die Angst ist da, leicht da, also ich glaube nicht, dass es passiert, aber die Angst ist leicht da, dass man es vielleicht wieder ein bisschen überbewertet, im Sinne von, die Mannschaft hält sich wieder für zu gut. Das passiert auch ein paar Mal, aber da wirkt mir der Trainer schon sehr, sehr ruhig gelassen. Sag jedes Mal, ey, wir ordnen das richtig ein und so Geschichten. Ich glaube, der kriegt die da schon gut kanalisiert, die Mannschaft. Und dann ist da definitiv was drin am Freitagabend und für beide Seiten brutal wichtig, für uns noch wichtiger vermutlich, weil wir würden natürlich auch gerne direkt drin bleiben. Also in den Platz 16 würden wir gerne loswerden, ist ja auch ganz klar. Was tippst du für den Freitag? Auch schon Richtung Ergebnis. Ja, also nochmal zu der Wichtigkeit, noch ganz kurz und dann das Ergebnis. Für euch brutal wichtig ist jedes Spiel, wenn du auf dem Relegationer Abschießplatz stehst oder allgemein da unten. Aber auch für uns, damit es auch in Stuttgart ankommt, ist es das wichtigste Spiel des Jahres. Also es ist einfach so, es ist ein Heimspiel, wir spielen, wir haben danach schwerere, so bist du tabellarische, schwerere Gegner als euch, auch beim Respekt. Ihr seid aber halt brutal in Form, das wissen wir. Und für euch geht hier 100% auch was. Aber wenn wir euch schlagen, sind wir halt aus dem Abstiegskampf raus. Und wenn wir gegen euch verlieren, sind wir komplett drin. Das macht ja auch was mit der Stimmung im Umfeld, mit den Fans. Also er nur maßt das größte Druckspiel in seiner Trainerkarriere. Also das muss man hier ganz klar erwähnen. Also dieses Spiel ist auch für den FCA das Wichtigste des Jahres. Es ist ein absoluter Wegweiser. Dementsprechend, nicht nur für euch, auch für uns und noch Derby, was wollen wir denn mehr? Also Freitagabend, geiles Spiel. Okay, ja und tippmäßig, ich tue mich verdammt schwer. Für mich ist es ein 33%, 33, 33 Spiel. Also Sieg, Unentschieden, Niederlage, alles möglich. Weil wir auch eine Wundertüte sind, wie ihr ja ähnlich. Ihr habt jetzt unter Höhnes einfach aber wirklich gutes Spiel gemacht. Gerade das Bochum-Spiel habe ich mir komplett angeguckt. War wirklich stark von euch, fand ich sehr gut. Da musst du ja auch erst mal Bochum zum Schach haben. Das Publikum hat jetzt ja komplett im Griff dort. Habt es nur hinten raus, halt ein bisschen nach dem Anschlusstreffer, habt es ein bisschen gewackelt. Also das ist normal, tut jeder. Und da habe ich wohl schon Respekt. Also das ist, glaube ich, mehr ein Hoffnungstipp irgendwie, dass ich glaube halt, wir müssen ja gewinnen. Wenn wir gegen euch verlieren, das wäre das absolute Desaster eigentlich. Weil dann haben wir so eine ganz andere Stimmung drin, die eh schon ein bisschen schwankt. So ich, naja, komm. Nee, ich gehe auf einen 2-1-Sieg für uns. Aber das kann auch für euch ausgehen, kann auch unentschieden ausgehen. Aber da ich positive Stimmung auch nach Augsburg stimmen will, Berisha ist zurück, Demirovic ist zurück, eventuell kommen noch ein paar auf die Bank. Trainer wird lernen mit der Aufstellung hoffentlich, dass es nicht nur destruktiv geht. Und mit Flutlichtergebnissen der letzten Wochen und der Rückrunde glaube ich, dass es für uns aufgrund des Heimspielrechts zum 2-1 reichen kann. Ja, es ist definitiv drin. Also Heimsieg ist definitiv drin, wenn du schon diese Freitagabend-Serie ansprichst und so Geschichten. Also ich habe schon Hoffnung für auswärts, also 100 Prozent. Nochmal doppelt, wenn du auch hinfährst, ist ja auch was anderes, als wenn du es irgendwie dann zu Hause guckst. Da ist der Frust ein Ticken kleiner, als wenn du im Stadion stehst. Also so 2-1, 1-0 Augsburg-Sieg würde mich wirklich nicht wundern. Trotzdem natürlich, wie du es ansprichst, die Euphorie ist wieder extrem da. Auswärtsblock ist ausverkauft, neutrale Blöcke sind in Karten gekauft. Das wird eine richtig geile Atmosphäre. Ich habe da definitiv Hoffnung in das Spiel. Ich glaube, ein Gegentor fangen wir uns normalerweise auch immer. Also wenn ich jetzt quasi das Ding einfach umdrehe, wäre es wieder ein 1-2-Sieg oder vielleicht auch sogar mal höher, ein 2-3 oder sowas, würde mich nicht wundern. Bei unseren Spielen öfter mal auch mehr Tore gefallen dann. Was ich auf jeden Fall irgendwie nicht glaube und was ich auch gerade nicht mehr wüsste, wann das letzte Mal das der Fall war, ist ein Unentschieden zwischen Augsburg und Stuttgart. Das dürfte, also in Heimspielen von euch oder auch bei uns, das dürfte schon länger her sein. Also ich habe das Gefühl, dass wir auf jeden Fall einen Gewinner kriegen am Freitag. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Ja. Und dann ist halt die Frage, wer da mehr das Glück auf seiner Seite hat, auch mehr das Momentum auf der Seite hat. War ja Momentum ein großes Thema bei uns gewesen gegen BVB. Kader sieht bei beiden wieder in Ordnung aus, können mehr oder minder aus dem Vollen schöpfen. Klar, bei euch Sperren, bei uns ja auch Rotsperre, Mafropanus, hinten drin. Typisch für uns war natürlich so ein Berischer-Gegentor, weil wir an dem ja auch mal eine Zeit lang dran waren, scheinbar transfertechnisch. Das ist so der Klassiker. Ich glaube, wir haben gar keinen Augsburg-Ex-Spieler im Kader, was schon mal gar nicht verkehrt ist für euch. Aber ja, ich tippe mal ganz, ganz hoffnungsvoll umgedreht einfach auf einen 1-2-Auswärtssieg. Okay, ja, ist ja auch völlig legitim, es ist ja auch völlig legitim, dass wir als mit der Fanbrille auf uns beide tippen, weil es wirklich für beide ja auch geht. Ich habe auch so Wettkoten geguckt, das ist mal Stuttgart vorn, mal Augsburg, wird sich auch bis zum Spieltag drehen. Die Form spricht auch für euch, Mose Flutlicht, Ergebnisse sprechen für uns. Wir haben Rückkehrer, ihr seid gut drauf. Also es ist einfach schwierig zu tippen, wie gesagt. Das geht aber der ganzen Liga gerade so. Haben wir einfach ein geiles Spiel. Du bist ja auch in Augsburg, habe ich gehört. Ich bin auch im Stadion und werden wir beide wahrscheinlich auch einen Vlog machen. Das wird auch cool, wenn wir auf beiden Perspektiven sind. Ich konnte zum Beispiel in Köln, wo wir verloren haben, nicht mal den Vlog hochladen bei mir, weil ich so gefrustet war. Keine Lust mehr gehabt. Also ich bin da wirklich zu sehr Fan. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass wir einfach ein geiles Spiel haben. Ich mag dieses Schwarm-Derby, auch den Talk mit den, man merkt schon irgendwie, dass man aus der Region ist. Und letzten Endes würde ich mich echt freuen, wenn ihr auch drin bleibt. Aber natürlich müssen wir vorher drin bleiben. Das ist ja normal. Aber ja, wäre einfach schade, wenn jetzt wieder jemand hier aus der Region absteigt. Es ist irgendwie dann, ja, letzten Endes einfach auch blöd, wenn nur noch im, also hauptsächlich im Ruhrgebiet und am Norden sind. Ist halt für die Tradition ja auch so. Aber ja, es wäre einfach gut, wenn wir drinbleiben und im Süden auch noch Klubs in der Liga hätten. Ja, da dürfen schon andere Klubs absteigen, wenn ich wieder Hoffenheim im Kopf habe oder von mir aus auch die Hertha. Jetzt gar nicht, weil ich etwas gegen die Hertha habe, aber weil sie langsam mal fällig wären. Da gibt es schon ein, zwei Mannschaften, die dürften eher runter als wir. Mal gucken, was da passiert. Ist ja auch eklig im Abstiegskampf. Du willst ja eigentlich von den meisten Klubs da unten, jetzt mal Hoffenheim ausgenommen, gar nicht, dass die absteigen. Hertha, Schalke, Bochum, da darf alles drinbleiben grundsätzlich, aber passiert halt nicht. So zwei Steigen ab, Relegationen, sehe ich Bundesliga schon gut drin, dass die das halten könnte, egal wer auf 16 kommt. Und deswegen ist ein enger Abstiegskampf, ist ein ekliger Abstiegskampf von den Teams auch da unten. Gerade wenn ich mir Schalke wieder angucke, Freitagabends, das ist absolut grandios, was jedes Mal aufs Neue abgeht dort. Bei uns ja auch, die Stimmung generell ausverkauft, immer auch bei euch immer. Da, ja, nicht die richtigen Teams unten drin, aber können wir da nichts dran ändern. Die anderen sind zu gut, haben zu viel Kohle für da oben oder für da unten, besser gesagt. Es hat sich gedreht. Es hat sich einfach gedreht und wir müssen mitleben. Aber letzten Endes, spannungstechnisch, ist ja auch mal wieder schön. Müssen wir halt mit dem leben, wie es ist. Die Spannung und ein gutes letzten Jahre hat man immer ganz früh schon Absteiger mit Führer, Paraborn, etc. Vielleicht ist es so für einen neutralen Zuschauer auch. Also ich genieße das ja auch da, wirklich jeden Spieler da zu gucken. Macht doch die Spannung auch irgendwo dann auch wieder aus. Ja, aber Abstiegskampf ist brutal. Letztes Jahr, dass es angesprochen wurde, ist mit Bielefeld so halbwegs einen richtigen Absteiger schon mal und auch Fürth. Übrigens geführt nur um Platz 16. Das ist immer irgendwie einen sicheren. Die Saison, wir hatten schon, vorhin hast du es auch schon gesagt, wir hatten schon drei, vier sichere erste Absteiger und nie ist irgendwie was passiert aus denen. Klar, dieses Jahr auch mal die Meisterschaften ein Ticken spannender, weil irgendwie beide scheinbar gar keine Lust haben, Meister zu werden. Dieses Jahr. Aber sonst ist ja Abstiegskampf. Das Interessante ist in der gesamten Liga mittlerweile geworden. Also definitiv eine interessanter als die Meisterschaft. Macht richtig Spaß auf jeden Fall. Und dann? Vielen Dank, dass du hier am Start warst. Gerne, gerne. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mein Lieber. Dann auf ein schönes Pferdespiel. Grüße, wie gesagt, nach Stuttgart und bleib mal sportlich auf einen geilen Kick und ja, ciao. Ja, wir haben Bock drauf. Das zweite Video bei ihm auf dem Kanal. Mehr zum VfB natürlich. Checkt ihn sehr, sehr gerne ab. Danke fürs Zuschauen bei euch und bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018